Stream an, nee, beziehungsweise ab hier fängt jetzt das Video an. Moment, ich muss erst Aufnahme, jetzt habe ich Aufnahme gedrückt. So, jetzt nochmal. Also ab hier fängt sozusagen das an, wo man die Bilderschau, also das Video fängt hier an. Ja, ist übrigens die russische Industrieüberleitung. Es ist egal. Ich finde das übrigens, es kommt Feedback und die Leute finden es ganz gut, was wir hier machen. Also wir machen ja hier den Videoteil, die Bilderschau, da beschauen wir uns Bilder an und besprechen die und wer das jetzt nur hört, der kann in den Shownotes unten mal auf den Videolink klicken und wer das jetzt nur auf Video sieht, der möge wissen, dass wir hier noch vorne und hinten noch einen längeren Audio-Teil haben. Schon eine halbe Stunde geredet haben und im Zweifelsfall hinterher noch eine halbe Stunde reden. Versprich mal nicht zu viel. Also lass uns Bilder gucken. Ich habe drei Bilder ausgewählt. Übrigens, wir sind immer dankbar für eure Bilder, also schickt ruhig ein und als Belohnung gibt es die Möglichkeit, dass wir hier drüber reden und das auch zeigen. Das erste ist J.O.P. J.O.P. ist Technik, die begeistert. Technik, die begeistert. Altes, heruntergekommenes Kraftwerk. Ja, es ist, oh Gott, wie heißt das denn? Ich muss nochmal schauen. Das ist irgendwo irgendwas mit Erlebniskraftwerk oder so. Also das ist irgendwo im Osten, glaube ich, so eine alte Industrieruine, die so ein bisschen aufbereitet ist, die man besuchen und besichtigen kann und das scheint mir hier so eine Schalterhalle, so eine Schalthalle von so einem Kraftwerk zu sein. Altrostig, vergammelt, alte Anzeigeinstrumente. Dieser grau-grüne Hammerschlag-Lack. Genau. Und das Bild ist so von der Ausführung her so wie, also eigentlich nicht mein Favorite, weil es ist so relativ stark HDR. Du hast relativ viel, es sieht schon fast wie so gemalt aus teilweise, weil du einfach so Kontraste hast, die so eigentlich in der Natur gar nicht aussehen. Das hat natürlich den Vorteil, dass da in so dunklen Ecken, also das ist mit mehreren Belichtungen quasi hinterher zusammengerechnet. Ja, das ist halt sehr dunkel in diesen Kraftwerken. Ich war auch schon häufiger in solchen Sachen. Es gibt ja auch in Sachsen-Anhalt die Dings, wie heißt es hier schnell? Ferropolis. Dann gibt es auch noch in, schon wieder vergessen, wie das Kraftwerk hieß. Nee, Quatsch, das war in Peenemünde. Da gibt es auch solche alten Kraftwerksanlagen, die du besichtigen kannst. Ja, der Landschaftspark Duisburg oder so. Da ist es immer sehr, sehr dunkel drin. Genau. Da zu fotografieren ist echt schwer. Also ich bin da eigentlich mehrfach dran gescheitert. Es gibt bei mir im Flickr zwei, drei Fotos dieser Art, aber die sind alle nicht ansatzweise so. Und das ist halt eine der Möglichkeiten, damit umzugehen, ist eben diese HDR-Geschichte zu machen. Kannst du idealerweise sogar aus der Hand machen. Das heißt, du hast einfach deine Kamera auf Belichtungsreihe stehen und hast dann irgendwie drei bis fünf Bilder, die quasi in schneller Sequenz hintereinander mit verschiedenen Belichtungen gemacht werden. Und dann hat der Rechenknecht was zu arbeiten dran. Aber ich mag sowas ja sehr, so Industrieruine. Ja, total. Total spannend. Was ich gerade denke ist, ich habe ja immer noch das Problem, die stürzenden Linien. Das ist ja immer noch was, was ich nicht intuitiv richtig hinkriege. Da stürzt nichts hier. Nee, der hat sich an den Senkrechten orientiert. Das ist auch bei Architektur eigentlich ganz sinnvoll, sich an den Senkrechten zu orientieren. Also die parallel zum Bildrand zu machen oder parallel zum Gitter im Sucher oder so. Was ich übrigens sehr, sehr lustig finde an diesem Kraftwerksbild, Technik, die begeistert von Job, ist dieser eine Stahlbenzinkanister, der da so einfach so auf dem Boden rumsteht. Als einziges bewegliches Ding in diesem ganzen Foto. Und durch diesen HDR-Effekt sieht der aber so aus, als würde der da gar nicht stehen. Als ob der so reingefotoshopt wäre. Und zwar schlecht reingefotoshopt. Weißt du, eigentlich sieht das aus, als hätte den jemand da draufgeklebt und das dann nochmal abfotografiert. Ja, das ist ein Artefakt dieser HDR-Geschichte. Ist aber für solche Sachen, also das bringt natürlich auch so ein bisschen die Texturen raus und so weiter. Also insofern passt das schon. Der Rost und diese Farbigkeit mag ich total. Sehr geil. Was ich sehr schade finde, ist, dass man es nicht vergrößert kriegt. Ach so. Da würde ich gerne richtig reinzoomen. Das ist, ja, das ist halt, je nach Einstellung im Flickr kann man das einstellen. Diese, so am Rande, weißt du, wie diese Stahlkanister heißen? Also die Amis nennen das Jerrycan. Jerrycan. J-E-R-R-Y-C-E-N. Und ich habe kürzlich gelernt, dass Jerry ein abwertender Begriff war für Germans aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Deutschen hatten diese Kanister, diese Stahlkanister. Und deshalb war das ein Jerrycan. Also heute nennen sie das halt Jerrycan und keiner denkt drüber nach, was es bedeutet. Aber das ist quasi so wie Kraut oder so für die Deutschen. Jerrycan. Schönes Bild. Ja. Kann ich lange reingucken, weil es da so viel zu sehen gibt, obwohl es nichts zu sehen gibt. Also das, es macht ja nichts mehr. Richtig. Es ist ja tot. Aber es ist trotzdem überall diese ganzen, diese ganzen Instrumente und Anzeigen und Regler und Schieber. Wir hatten, wir hatten mal Fotoworkshop gehalten im Landschaftspark Duisburg im Labbadou. Und dort kannst du die, das ist so ein alter Hochofen und eben auch heute kulturmäßig erschlossen. Und da kannst du als Konferenzraum den Schaltraum vom alten Kraftwerk mieten. Oh. Da ist halt eine Wand von diesem Konferenzraum, ist halt so alte Schaltpanels mit irgendwelchen Schalterchen und Lichtchen und Anzeigeinstrumenten und was weiß ich alles. Das hat schon, hat schon Stil. Absolut, ja. Gut. Nächstes Bild ist auch im düsteren Bereich angesiedelt von Rainer. Heißt, du raves. Ah, schade, man kann es nicht runter. The owner has disabled downloading of their photos. Das ist schade. Ja, das ist 500px. Das erste war auf Flickr, das ist jetzt 500px. Das geht aber gerade noch, weil du hast rechts oben diese Pfeile und kannst das zumindest irgendwie Bildschirm. Ich meinte mit dem Flickr-Bild. Also das Technik, die begeistert, kann man nicht runterladen. Und ich habe ja, glaube ich, bei der letzten Sendung auch schon gemacht, dass ich die Bilder aus der Fotoschau ins, also in den Podcast, also ins MP3 reingecodet habe, so, dass du, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, dein Podcatcher dieses Foto aus deinem Handy zeigt, während wir darüber reden. Was ich eigentlich eine sehr schöne Funktion finde, geht aber jetzt bei dem Bild von Job nicht. Du kannst ja mal einen Job vorbeiarbeiten und einfach einen Screenshot machen. Ja, nee, aber der hat den Download disabled und das hat er aus einem bestimmten Grund gemacht und das werde ich mit Sicherheit nicht missachten. Also das... Ja, das nächste ist von, wie gesagt, von Rainer, das Graves, wie gesagt, wieder auf der dunklen Seite angesiedelt. Ist so ein bisschen ähnlich, hat auch so ein leicht unwirkliches Ding, das ist so eine Gräber, mehrere Gräbereien, das sieht aus wie so ein Soldatenfriedhof. Weiß jetzt nicht, wo das ist, aber... Nee, das ist kein Soldatenfriedhof. Vorne rechts liegen Elisabeth Fischer und Christa Schmidt. Okay, vielleicht ist das doch irgendwas aus dem Krieg. Oder aus dem Krieg. Ist egal, es ist auf jeden Fall viele Leute, die mit kleinen, gleichen Kreuzen bestattet sind, mit Blümchen davor und das Ganze bei Dämmerung oder im Dunkeln. Vielleicht ist es auch nur nachträglich so runtergezogen. Das kann auch sein. Aber ich glaube, das sieht so aus wie beim Mondschein. Ja. Und hat, wie gesagt, auch so eine Durchzeichnung. Das hat auch schon so einen HDR-Charakter, weil diese Kreuze schon interessant beleuchtet sind, finde ich. und die, ja, so diese ganze... Wobei, es ist eine Langzeitbelichtung. Du siehst es oben an dem Baum. Der hat nämlich so komisch puschelig aussehende... Zwei Sekunden. Ja, hat oben so puschelig aussehende Zweige und das heißt, die haben sich im Wind bewegt. Ach, daher kommt es. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hat der das gemacht? Der hat das gar nicht gemacht, der hat das einfach genommen. Das passiert so. Und, ja, fand ich interessant, weil es, wie gesagt, auch so an dieses Düstere anknüpft. Ja, es passt halt sowieso auch zu meinem Nicht-Blitzen-Fetisch. Ja, da ist nichts geblitzt. Das sieht nach Mondlicht aus. Da siehst du auch die Schatten, die harten Schatten von den Kreuzen. Also gehe ich mal von aus, dass da einfach der Mond im Himmel stand. Steht leider nicht dabei, wo das ist und was das für Gräber sind. Das hat mich auch noch interessiert. Sind da Daten auf den Bildern? Bis 1944, ja, das sieht mir nach Krieg aus. Ja, aber was, ne? Ist das irgendwie ein, wie nennt man denn das? Massengrab ist das falsche Wort. Aber das macht halt irgendwie, weil das halt immer der gleiche Grabstein ist und so aufgereiht. Das sieht so aus, als wäre das Gräberfeld, das zu einem Ereignis gehört, weißt du? Ach so, das kann durchaus sein. Bei diesem Angriff sind so und so viele hundert Leute gestorben, die haben wir alle da beerdigt. Das ist bei den meisten, bei der meisten Software, die du heute verwendest, werden ja diese Geodaten nicht mit hochgeladen oder werden aus dem Bild entfernt, also die Metadaten. Das musst du, glaube ich, bei Lightroom zum Beispiel, musst du explizit dazu sagen, bitte mit allen Metadaten exportieren. Und dann muss die Plattform, auf die du es hochlädst, das auch noch unterstützen und das anzeigen. Flickr macht das schon lange. Die haben das tatsächlich, glaube ich, die sind ja Pioniere. Die haben tatsächlich relativ früh schon Bilder auf einer Karte gezeigt. Ich wollte gerade sagen, die blenden ja dann sogar kleine Karten ein. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, und last but not least, drittes Bild von Marcel, nachts am Teufelstisch. Und was hat Marcel gemacht? Also Teufelstisch ist irgendeine Steinformation. Das ist eine Felsformation in Kaltenbach, in der Südwestpfalz. Ah, das ist so. Kleine Karte auf Flickr. Ja, was macht Marcel? Also er hat, das sieht mir so nach einem Selfie aus fast schon, also ein Selbstportrait. Er sitzt unter diesem Teufelstisch. Also das sind so zwei Steinsäulen, auf denen oben so wie ein Tisch, wie eine Tischplatte aus Riesenstein ist. Das ist groß. Also das ist nicht klein, das Ding. Willst du auch nicht auf den Kopf kriegen? Dann bist du weg. Und das aber bei Nacht. Also auch wieder, wenn man in die Exif-Daten schaut, das ist hier eine 30-Sekunden-Belichtung. Er strahlt das unten. Von unten strahlt er den Tisch mit einer Taschenlampe oder was auch immer an. Genau, da ist nämlich Lightpainting dabei. Also man sieht die Sterne am Himmel. Es ist also eine Nachtaufnahme. Alles ist schön düster. Und was hat er gemacht? Er hat so eine Stirnlampe oben auf dem Kopf, glaube ich. Wenn man das richtig sieht. Und mit der leuchtet er quasi das Ding an. Wenn du 30 Sekunden hast, kannst du also quasi wirklich so wie mit einem Pinsel das Ding beleuchten, anmalen. Und dann ist oben noch so ein Lichtpunkt. Ach so, du meinst, der hat nicht einfach nur die ganze Zeit diesen einen Punkt, der sehr hell beleuchtet ist, angestrahlt, sondern ist so ein bisschen hin und her gefahren. Du siehst das an der rechten unteren Säule, das ist so ein heller Lichtpunkt, den hat er wahrscheinlich tatsächlich. Also es sieht sehr typisch aus für Lightpainting, wenn man nicht überall gleichmäßig malt, dann kriegt man so Fleckigkeit. Neues, das ist so New World Approaching gerade, die Idee 30 Sekunden belichten und dann mit einer Lichtquelle das, was du aufnimmst, nochmal abstreifen. Auf die Idee wäre ich von alleine auch nie gekommen. Ich weiß noch, das ist auch schon Jahre her, unser jährlicher Klostergeister-Workshop, der übrigens nächstes Jahr wieder stattfindet, aber schon ausverkauft ist, den, da haben wir mal, da habe ich nachts, dachte ich, also 27 Fotoverrückte und Tag und Nacht gemeinsam in diesem Gebäude und drumherum und nachts dachte ich draußen, ist ein Gewitter, Wetterleuchten, was ist los? Und nee, war es nicht. Da sind dann ein paar von den Workshops sind nachts rausgegangen und haben die Kirche hell geblitzt. Die haben die Kirche hell geblitzt. Cool. Das heißt, die haben auch Nachtaufnahme, also Kamera auf Stativ, die Kirche irgendwie mehrere Minuten belichtet und sind dann mit ihren kleinen Aufsteckblitzen, die sie runtergenommen haben von der Kamera, umgerannt und haben peng, peng, peng diese Kirche immer wieder angeblitzt, um die hell zu kriegen. Hat funktioniert. Schick, auch nicht downloadbar. Schade. Da gibt es diesmal keine Fotos im Podcatcher. Etch, bätsch. Stimmt. Tja, da... Müssen wir durch. Da habe ich jetzt auch keine... Ja, also, für die zukünftigen Uploads A, möglichst kein Instagram, weil die Bilder da nur so grottig im Web dargestellt werden und möglichst downloadbar, damit Holgi sie auch in die Sendung mit reinnehmen kann. Ja, aber dann machen irgendwie 100 Leute ihre Bilder downloadbar und drei davon schaffen es in die Sendung und alle anderen sagen sich dann auch, warum habe ich das jetzt downloadbar gemacht? Ich wollte doch eigentlich nie meine Bilder downloadbar machen. Macht bitte, was ihr wollt. Nehmt da mal bitte keine Rücksicht auf mich. Default ist, glaube ich, downloadbar. Aber ich weiß es nicht. Ich bin schon zu lange auf... Ich habe schon lange keinen neuen Flick-Account mehr gemacht. Apropos, wo du gerade Fotostorage und so... Also, Glass, ne? Diese App, die du mir vor einigen Monaten, einigen Sendungen empfohlen hattest. Ja. Das entwickelt sich immer mehr zu meiner Lieblings-App. Ist schön. Tatsächlich, weil... Also, was ich ein bisschen vermisse, ist so dieses Teilen. Also, so wie bei Twitter. So retweet sozusagen, repost. Das ging aber bei Instagram ja auch schon nicht. Und das hat mich da auch schon immer genervt. Aber was ich halt toll finde, ist, das ist so clutter-free. Da sind nur Fotos. Das ist nach wie vor... Und ich habe festgestellt, man muss einfach auch vielen Leuten da folgen, damit der Stream irgendwie funktioniert. Und das ist gerade noch so ein bisschen schwierig, weil ich, ja... Ja, die Discovery... Da sind noch nicht so viele Leute, weil, ja... Diese Discovery ist auch ein bisschen holprig, würde ich sagen. Ja. Aber da haben sie schon angekündigt, dass sie da dran schrauben werden. Und man kann mittlerweile auch raus verlinken. Das heißt, ich kann ein Foto, das ich auf Glas veröffentliche, dann auch einfach... Mache ich immer wieder mal, so auf Twitter und so. Kommt dann... Und ich finde es wirklich toll. Ja, ich auch. Ich bin jetzt immer dabei, so abends immer so ein bisschen zu gucken, wer hat denn ein Fotos... Viele haben dann natürlich auch nur zwei, drei Fotos erst da, weil sie, genau wie ich, das auch erst mal nur ausprobieren wollen. Ja, Tipp an... Aber ich habe schon ein paar gefunden, die Fotostreams haben, wo ich, hatte ich ja schon mal erzählt, dass, wenn ich scrolle so über Fotostreams und wenn ich denke, oh, dann folge ich. Ja, deshalb kleiner Tipp an die Leute. Ich folge nämlich, also bei mir ist die Discovery folgendermaßen, irgendjemand folgt mir. Ja. Oder kommentiert auf eins meiner Bilder. Ja. Und dann gucke ich, dann interagiere ich natürlich mit diesem Kommentar in der Regel und dann gucke ich mir auch an, was diese Person so hochgeladen hat. Und wenn mir das gefällt, dann folge ich auch. Wenn jetzt also jemand neu auf dieser Plattform ist und losgeht und chrisfafft und so, dann solltet ihr schon ein paar Bilder haben, weil ich gehe nachher nicht noch mal zurück und gucke vier Wochen später, ob da vielleicht Bilder sind. Wie bei mir. Exakt wie bei mir. Da guckst du mal, der hat ja ein nettes Header-Bild, aber dann ist da kein Foto drunter oder nur ein Foto drunter. Und wenn mir das nicht gefällt, dann folge ich dem auch nicht. Und dann, ja. Was einem auch wieder schade ist. So funktioniert das halt. Ja. Leider. Na gut, also, klar. Ja, super. Damit sind wir am Ende des Videoteils angelangt. Und ich drücke jetzt auf die Stopp-Taste. Und wer weiterhören möchte, darf das auf dem Podcast tun. Sag tschüss. Ach so, tschüss. Stimmt, das ist ja für das Video. Tschüss, Video.